und da geht das einfach so, da wechselt man sich ab, jeder ist mal eine halbe Stunde dran, das ist easy peasy, Bier wird auf Kommission gekauft, der Rest wird zurückgegeben, dann kostet ein Bier halt einen Euro, scheißegal, easy, sowas kann man machen und sowas sehe ich zum Beispiel bei der FAU, sowas sehe ich zum Beispiel bei kirchlichen Veranstaltungen, die so lokal wie möglich sind, das gibt es da, das ist die Form von Kultur, die ich mir eigentlich wünschen würde und die findet aber nicht statt in dem Moment, wo wir verkopft anfangen. So Leute, wenn ihr euch in ein Problem reindenken wollt, was irgendwie andere Menschen beinhaltet, weil ihr wisst, das Problem ist zu groß, man kann es nicht alleine lösen, man braucht eine Gemeinschaft dafür, dann tendieren wir alle sofort dazu, es irgendwie in Kontrollstrukturen uns zu überlegen, wir brauchen einen Chef, der macht Ansagen hier und dann müssen die anderen folgen, das heißt, wir tendieren dazu, es automatisch irgendwie in Pyramiden anzuordnen, in unserem Kopf, wenn wir uns überlegen, wie könnte man das jetzt koordinieren. Und wir theoretisieren uns quasi sofort irgendwelche Excel-Tabellen herbei und Datenbanken, Strukturen und so und N-zu-M-Beziehungen und hast du nicht gesehen. Und ich denke, genau da, wo wir das machen, da verlieren wir den Kontakt zur echten Welt und ergeben uns in so Fantastereien, bevor wir damit anfangen, das Problem eigentlich überhaupt anzugehen. Und ein ganz ähnliches Ding beobachtet man, wenn man jetzt irgendwie was Kompliziertes programmiert. Am besten ist es, bevor man sich hinsetzt und den Quellcode schreibt, schon mal so einen großen, groben Plan zu überlegen, was von was abhängt. Aber bei mir ist es zum Beispiel oft so, ich merke dann erst tatsächlich, wenn ich es code, sozusagen, sagen wir mal, ich schreibe die ganzen Prototypen hin, dann weiß ich, ah, okay, da fehlt noch dieses Input und hier und dieses Input braucht man da noch und so, bevor ich überhaupt die eigentlichen Funktionen hinschreibe. Und ja, ich habe ja schon mal angemerkt, was wir nach der Patrilokalität, also in meinem ersten Video zum Patriarchat, nach der Patrilokalität oder in der Neolithischen Revolution, was wir danach beobachten konnten, war, dass wir gesellschaftlich nur noch Machtzentren hin und her geschoben haben und die dann einem meistens irgendwie immer größer wurden und machtzentralisiert. Wir haben dazu tendiert, über den Lauf der Geschichte Macht zu zentralisieren und ob wir dann sozusagen diese Blöcke der Macht umbenannt haben und umbesetzt haben, es hat keine Rolle gespielt, selbst nach Kriegen, irgendwie wurden diese zentralisierten Machtblöcke immer weiter größer sogar und mittlerweile sind wir ja in so einer Gesellschaft angekommen, wo man im Prinzip, wenn man will, den Schulz machen kann und im Prinzip ist es manchmal möglich, dass es von unten nach oben so ein bisschen durchsiegert. Man kann Teil der Machtpyramide werden, wenn man den geraint hat und in manchen Teilen der Erde geht das halt nicht, da hat man halt immer noch Totalitarismus und so, aber worauf will ich jetzt eigentlich hinaus hier in dem Video? Naja, wenn man jetzt anfängt, irgend so ein Problem sich im Kopf zu überlegen und zu theoretisieren und das in Pyramiden so in seinem Gedanklich schon anzuordnen, dann macht man halt diese theoretischen Fantastereien, ohne jetzt mal hands-on an den Problemen schon zu werkeln und verliert dabei den Kontakt, finde ich, zur Realität und ich weiß genau, wovon ich rede, weil ich mit 18 quasi genau in diese Scheiße reingegangen bin und ich wäre, wenn ich weiter darüber nachgedacht hätte, voll Richtung Schattenmacher gegangen, habe ich auch schon mal erklärt, für mich war die Lösung irgendwas mit Diktatur und als Substitut, um das nicht zu machen, habe ich ja dann im Prinzip mehr oder weniger eine Diplomarbeit in der Fakultät für Theoretische Physik eingereicht und dann noch eine ganze Menge Programmierarbeit geleistet und so. Ja und jetzt mittlerweile denke ich, die Lösung ist natürlich der Anarchismus und der versucht ja eine Welt ohne Machthierarchien, beziehungsweise eine Welt, wo die Anzahl der Machthierarchien minimal wird. Und was meine ich damit? Nicht nur eine starke Machthierarchie, sondern der Grad der Hierarchisierung soll minimal werden. Eigentlich sollen so viele wie möglich Leute ohne Gewalt sozusagen, ohne Macht, die auf sie ausgeübt wird, die die Entscheidungen treffen können, quasi eigene Turing-Maschinen, Entscheidungen und Rechenkapazitäten der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und ja, damit wird der Anarchismus natürlich diese logistischen und kombinatorischen Probleme lösen, die wir sozusagen das gesellschaftliche Problem nennen. Und ich denke, der Staat als auch der freie Markt, die probieren das natürlich durch Zentralisierung zu lösen. Und ich habe schon in tausend Videos darauf hingewiesen, wie unzulänglich Machthierarchien und zentralisierte Lösungen für dieses Problem eigentlich sind. Weil sie einfach ein Effizienzproblem haben. Sie haben ein Computational Load Problem. Sie nutzen quasi die Rechenkapazitäten des Großteils der Bevölkerung einfach nicht aus. So, und wie ich so jetzt über diese ganzen Sachen nachdenke, und gerade jetzt in der letzten Woche habe ich nochmal darüber nachgedacht, ich habe beobachtet, und jetzt komme ich wirklich ins Schwurbeln, ich habe beobachtet, die wesentlichen Konflikte unserer Gesellschaft kann man eigentlich immer runterbrechen auf wirtschaftlich oder sozial. Und wirtschaftlich und sozial, die bedingen sich miteinander. Also, wie in jedem vernetzten System, vertauschen wirtschaftlich und sozial quasi auch immer Ursache und Wirkung, die stehen in einer wechselseitigen Beziehung miteinander. Was wir aber eigentlich nicht haben in unserer Gesellschaft, sind im Kern politische Probleme. Zumindest nicht die relevanten Probleme in dem Sinne. Wirtschaft emergiert immer aus Sozial, und Sozial emergiert auch immer irgendwie aus wirtschaftlichen Bedingungen. Aber was wir nicht sehen, ist, dass die Politik jetzt irgendwie was selber macht. Wenn die Politik was selber macht, dann ist es meistens was komplett Nutzloses. Eigentlich kommt die Politik immer erst aus Wirtschaft und Sozial. Die emergiert daraus. Und ich denke, dadurch, dass wir eine Politiker-Kaste haben und der Politik so viel beimessen, ist daraus etwas Selbstständiges emergiert, was aber eigentlich gar nicht diesen Stellenwert haben darf. Also, wenn wir uns vorstellen, wir haben hier wirtschaftlich und sozial, dann kommt hier oben drüber noch so eine Pseudo-Dreifaltigkeit der Politik dazu. Und die ist sowohl eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft als auch zwischen dem sozialen Aspekt, den wir gesellschaftlich haben. Alle möglichen Probleme könnte man so abbilden. Und ja, ich habe irgendwie den Eindruck, diese Translator, diese Übersetzer-Funktion, die die Politik eigentlich machen will zwischen diesen beiden Sachen, die geht komplett flöten, weil sich die Politik verselbstständigt. Die Politik ist dadurch, dass sie eine Verwaltung ist, quasi, eine eigene Instanz. Und hat sich komplett eigentlich von ihrem eigentlichen Zweck entfremdet und kümmert sich oft nur noch um sich selber, sozusagen. So wie die normale Tendenz von Verwaltung auch ist. Dass sich Verwaltung irgendwann erstmal um sich selber kümmern muss und so viel Load schon braucht, nur um sich selber aufrechtzuerhalten, dass sie eigentlich nicht mehr das lösen kann, wofür sie eigentlich mal abgestellt wurde. Und ja, ich finde, was dann sozusagen besonders schlimm ist, sind eigentlich die Sachen, die aus der Politik emergieren und nichts mehr mit Wirtschaft und Sozial zu tun haben. Und ich würde da auch so eine Sachen wie Identitätspolitik oder politische Korrektheit, die würde ich damit einordnen. Und ich habe jetzt zur Political Correctness damals ein Video gemacht. Und ich habe diesen ganzen Gedankengang, den ich jetzt hier skizziere, noch gar nicht so richtig zu Ende gedacht. Der ist jetzt erst ein paar Stunden alt quasi. Ich entwickle ja mehr und mehr eine Abneigung gegen das, was wir parlamentarische Demokratie nennen. Und ich habe auch schon gesagt, dass es eigentlich in meinen Augen mittlerweile eine Illusion ist. Und daher denke ich, dass wir ja die Politik sowieso nicht anbetteln sollten, irgendwie was zu machen. Und ich finde, der Staat ist erwiesenermaßen eh nicht interessiert, sozusagen an den Interessen der Mehrheit irgendwie zu arbeiten. Und deswegen denke ich, es hilft total, das Dogma der parlamentarischen Demokratie als Illusion anzusehen. Und ich habe den Tag in einem Freibad gechillt, in einem Dorf. Und da ist es so, dieses Freibad, das hatte auch eine Geschichte, so an der Wand war so ein Poster. Und dann habe ich mich gewundert, hier mitten im Osten und so, ist eigentlich ein ziemlich cooles Freibad gewesen, war in einer relativ moderne Ausstattung und so. Und habe so ein bisschen gelesen. Und das Freibad war im Prinzip sowas wie, naja, sagen wir mal 40 Jahre alt oder so. Und der Typ, es gab einen Typen, der dafür verantwortlich war, dieses Freibad hochgezogen zu haben, auf quasi an einer ganz bestimmten Stelle da in diesem Dorf. Und der ist da immer noch Bademeister, obwohl der schon verrentet ist und so. Und mit dem haben wir uns unterhalten und festgestellt, okay, der Dude hatte einfach diese Vision. Er will hier an dieser einen Stelle, da, wo so eine Senke ist, in dem Dorf, diese, ein Freibad errichten für die Kinder und so. Damit die da schwimmen lernen und Spaß haben und so. Und was hat er gemacht dafür? Naja, er hat den Grind angesetzt. Er hat das im Prinzip alles selber gebaut. So richtig jedes Wochenende geknüppelt. Irgendwie mit Steinen auf Stein irgendwelche Gebäude hochgezogen. Den Pool sozusagen gemacht. Und all das und die Kosten und so. Und hat, ist zwei, dreimal sogar Bürgermeister geworden, nur um sozusagen Gelder ranzuschaffen und die Verwaltung, den Verwaltungsloat zu gewährleisten, dass das auch erlaubt wird, ne? Dass er das machen kann. Obwohl die ganze Gemeinschaft hinter ihm stand, brauchte er trotzdem noch den Grind und musste Politiker werden und lokal sozusagen das durchsetzen. Und das hat ewig gedauert. Und jetzt hat er dieses geile Freibad und ist da immer noch Bademeister. Obwohl er schon längst in Pension ist und so, im Ruhestand. Und da habe ich sozusagen schon wieder gefühlt, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass das notwendig ist, ne? Dass man sozusagen so viel Overhead noch braucht, nur um sozusagen aus der Gemeinschaft diesen Willen, der ja da ist, dass alle Bock haben auf so ein Freibad, das irgendwie durchzukriegen. Und dass es so lange dauert und so, ne? Und ja, ich denke tatsächlich, Verwaltung ist mittlerweile wirklich nur noch eine Pest und sie nützt eigentlich niemanden, ne? Und Staaten kollabieren unter dem eigentlichen Auftrag, den sie sich selbst gegeben haben. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Justiz. Ich habe am Wochenende dieses Buch hier komplett durchgelesen. Und hier wird richtig gut dokumentiert, also an richtig vielen Fallbeispielen, wie klassistisch unsere Justiz ist. Und das ist sie vor allem deswegen, weil sie ihrem Auftrag nicht nachkommen kann, ne? Sie wird überflutet von unendlich vielen kleinsten, kleinen Geldbeträgen, zum Beispiel sowas wie Schwarzfahren oder Ladendiebstahl 5 Euro und so. Und das kriegt sie gar nicht gerafft, ne? Die Justiz kommt hinter ihrem eigenen Auftrag nicht hinterher, einfach weil es ein Verwaltungsmonster ist. Und sie ist unendlich klassistisch und so. Und ich sehe Politik mittlerweile aus der Perspektive des Klassismus, ne? Arbeiter, finde ich, sind ja sowohl eingebettet in diese wirtschaftlichen Interessen, ne? Ich gehe jetzt wieder zurück zu dieser Pseudo-Dreifaltigkeit. Wirtschaft, Sozial, Politik. Sie sind auch eingebettet in sozialen Kontext, weil, klar, sie haben Nachbarn, sie haben irgendwie vielleicht eine Gewerkschaft, sie haben vielleicht einen Verein, sie sind vielleicht bei der Kirche oder so, ne? Aber was Arbeiter nie machen, Arbeiter sind nicht mehr in der Politik anzutreffen. Es ist nicht mehr wie vor 50 Jahren oder so. Die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr. Das kann man, also ich weiß nicht, ob, da gibt es garantiert Milieustudien dazu, dass Politiker, also, dass der Anteil der Arbeiterklasse in der Politik quasi gegen Null geht, ne? Und ich denke, oft, wenn von Anti-Intellektualismus gesprochen wird, was da eigentlich sich manifestiert, ist nicht wirklich eine Abneigung gegen intellektuelles Gedankengut oder gegen Leute, die von der Uni kommen. Ich glaube tatsächlich, es gibt eine Abneigung gegen den Klassismus, der in der Politik herrscht, ne? Und der herrscht auch nicht nur in der Politik, sondern auch im Journalismus. Und Christian Baron zum Beispiel, der schreibt ja darüber, auch Artikel und so, dass das ein Riesenproblem ist. Der Journalismus hat ein eigenes Milieu, wo man einfach nicht drin ist, wenn man Arbeiterklasse ist. Und ich denke, daraus ergibt sich sozusagen diese Abgrenzungserfahrung. Und die ist ein Problem, ne? Weil politischer Sprech sozusagen das Problem ist. Politischer Sprech, nicht akademischer Sprech, ist das Problem. Und deswegen denke ich, sehe ich das vor allem auch in linken Kreisen, dass wir, in linken Kreisen gibt es so eine Art Schutzwand, ne? Gegen das Proletariat, einfach weil da bestimmte Sprachstandards sind und Sitten gibt es dort, die eingehalten werden müssen, sonst wird man sofort gebashed, ne? Und ich finde, die sind alle mehr oder weniger politisch motiviert und nicht akademisch motiviert. Und klar, es gibt viele Leute, die kommen von der Uni und haben irgendwelche Laberfach studiert und ich habe das ja angesprochen in meinem Video über Political Correctness und so, aber ich denke, das wird da wirklich vermischt. Ich denke tatsächlich, das Hauptproblem ist nicht, dass es akademisch motiviert ist, sondern es ist politisch motiviert. Da gibt es gewiss schon Leute und Strukturen, die sich dem Verwaltungsapparat, den wir Politik oder parlamentarische Demokratie oder wie auch immer, die sich dem anbiedern und währenddessen aus ihrem akademischen Habitus heraus politische Flüskeln und Vokabeln und Referenzen erzeugen. Und genau die, die sind, auf die sozusagen hat die klassische Arbeiterklasse einen Hass drauf, denke ich. Das ist jetzt erstmal meine geschwurbelte Schlussfolgerung. Und ja, wenn man jetzt sozusagen in diesen Kreisen aktiv werden will, in den Linken, dann braucht man halt diesen politischen Terminus, den braucht man, den muss man da haben. Man muss diese Mindeststands haben, man muss mindestens mal wissen, welche Vokabeln hier wichtig sind und auf welche Referenzen und Personen hier irgendwie gezeigt wird, wenn von irgendwas gesprochen wird. Die Identitäten sozusagen, die aus diesem Verwaltungskontext emergieren, die müssen irgendwie klar sein. Und ja, der Eintritt, um mitreden zu können, ist halt einfach nicht for free. Und ich denke, das ist schon alles. Der Eintritt, um nicht mitzumachen, der ist nicht for free. Das heißt, es gibt eine In-Group und eine Out-Group. Und ich würde wirklich sagen, die ist inhärent klassistisch. Und das sehen wir auch immer daran, dass in modernen linken Bewegungen das Wort Klassismus oder das Wort Klasse wirklich nicht mehr auftaucht. Also das wird immer weniger und immer weniger und wird ersetzt für andere Sachen, die im politischen Sprech existieren. Sowas wie Gender, irgendwie Minorities, sowas. Das ist schon interessant, weil ich finde, unter dem Wort Klasse kann man viel besser mehrere Sachen gleichzeitig abwatschen. Also ob man jetzt sozusagen Migrant ist oder ob man einfach nur ein armer Ossi ist, das spielt fast keine Rolle, denn man ist ja arm und mittellos. Und die Probleme, die sich daraus ergeben, sind im Prinzip analog. Und es ist eher die White & Conquer, dass sich diese Klassen, also dass sich innerhalb der Arbeiterklasse Fronten aufteilen und die sich gegenseitig bekämpfen. Wegen Konkurrenzdruck. Das ist eigentlich eine neoliberale Ideologie. Und ja. Gewerkschaften zum Beispiel sind ja eigentlich, funktionieren meiner Meinung nach anders. Da muss man eigentlich nur, sagen wir mal, im Betrieb arbeiten und dann kann man Teil der Gewerkschaft sein. Das ist schon anders. Da gibt es sozusagen diese politische, diese politische Schutzmauer gegen die Arbeiterklasse. Also die gibt es da nicht. Und die sind auch schon anders strukturiert. Aber was ich beobachten kann, da könnt ihr mich auch, ich bin ja nicht in der Gewerkschaft, deswegen kenne ich mich damit nicht so gut aus. Aber ich habe den Eindruck, dass große Gewerkschaften den Fehler machen und sich selber wiederum zentralisieren. Und sozusagen den Strukturen auf den Leim gehen, die sie eigentlich kaputt machen wollen. Sie zentralisieren sich und reproduzieren dann oft diese Artefakte. Also dass es dann am Ende einen Gewerkschaftsbus gibt und der kummelt sich mit den anderen Chefs der Kapitalisten, die ja eigentlich sein Feind ist, kummeln die sich was aus. Und das ist dann meistens nicht im Sinne der Arbeiterklasse, finde ich. Und was ich auch sehen kann, bei jetzt zum Beispiel der Freien Arbeiterunion, sind soziale Events ohne Hürden einfach da. Man kann einfach mitmachen, man muss auch nicht Mitglied sein oder so und man kann sich einbringen, ob man arbeitsbetroffen ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Selbst wenn man keine Kohle hat und wenn man Kohle hat, kann man irgendwie einen Euro spenden. Alles, was man hat, ist gerne gesehen und es gibt sozusagen sofort sozialen Response. Und ganz geblöd gesagt, kann man auch einfach sich hinter den Grill stellen, mithilfen beim Aufbauen oder was auch immer. Man kann Essen mitbringen, man kann sich irgendwie, man kann Teilhabe haben, man kann hinter der Bar stehen, irgendwas, wo man sofort, sofort soziale Interaktion bekommt und sofort einen Social Response bekommt. Und sowas sehe ich übrigens auch in kirchlichen Gruppen. Dass die einfach, die soziale Komponente, die findet sofort statt, ohne verkopft zu sein, ohne vorher darüber nachzudenken, großartig, wie muss man jetzt, muss man hier irgendwem einen Titel geben, damit er diese Befugnisse bekommt, sondern nee, nee, wir brauchen noch jemanden, der da hinten am Kuchenbuffet steht und irgendwie aufpasst, dass das Waffeleisen nicht anbrennt oder so. Und ich beobachte das auch oft, dass genau diese beiden, also die Freie Arbeiterinnenunion und auch so Kirchen, also ich kenne nur evangelische Treffen, ähm, Treffen so, dass die super kinderfreundlich sind und deswegen einfach riesen Inklusion herrscht. Ne? Da sind Kinder, da sind Alte, da spielt es keine Rolle, wie arm du bist und so, da können einfach erst mal alle hinkommen und es spielt erst mal keine Rolle, da gibt es keine, sozusagen keine Schutzmauer gegen, äh, irgendwelche, irgendwelche Konsummilieus oder so, von wegen du hast diesen Pullover an, deswegen bist du nicht Teil davon oder so. Ne? Und, ähm, ja, ich finde, das ist ein riesen Kontrast zu sonstigen Events, in Anführungsstrichen, denn, bei sonstigen Events, in Anführungsstrichen, bemerkt ihr immer Folgendes, da wird, da werden Menschen bestellt und bezahlt, die aktiv nicht Teil der Gruppe sind, um genau diese Jobs zu machen, also hinter der Bar zu stehen, äh, irgendwo aufzuräumen, äh, irgendwelche Stühle zu verteilen, Sachen, die normalerweise der Hausmeister, äh, auch klären kann, die man, bei denen man ihm helfen kann und so, ne? Es gibt ja genug Menschen in einer Gemeinschaft, die all diese Tätigkeiten, da muss man ja nicht für studieren, da muss man ja keinen Abschluss für haben, man muss nur einfach mal da sein und zwei Hände haben und dann kann man mithelfen, das ist gar kein Problem und trotzdem sehen wir das, ne? Dass Events oft so sind und ich finde, das ist super abschreckend und da baut sich automatisch eine In-Group auf, zum Beispiel gegenüber dem Personal, was da abgestellt wird und nur hinter der Bar sitzt und wartet, äh, irgendwie, äh, dir ein Bier zu zapfen und so, das kotzt mich auch ehrlich gesagt bei so, ähm, bei Hochzeiten immer an. Äh, ich hab, äh, mir tatsächlich angewöhnt, oft entdecke ich mich, dass ich dann die ganze Zeit bei der Bar chille und mit dem Personal rede, einfach weil, äh, man mit denen noch ordentlich reden kann, vor allem, wenn man auf der Hochzeit nicht so viele Leute kennt und da übelst viele Juppies rumrennt, ne? So, Edelpüppies und Leute, die sich was auf ihren Abschluss und auf ihre, auf ihren Job einbilden und so. So, so oder so, was ich eigentlich sagen will, äh, äh, das kommt natürlich jetzt hier irgendwie schon wieder, ich quatsche hier die ganze Zeit rum, ne? Ist klar. Es ist überhaupt kein Wunder, dass das Proletariat nicht politisch ist und ich denke, das ist eigentlich der wesentliche Ausdruck. Das Proletariat ist nicht politisch und es gibt schlichtweg wirklich einen kompletten Fick drauf, ob sie Faschisten wählen oder nicht. Das interessiert die meisten Leute nicht. Warum nur? Ja, warum nur? Weil der Klassismus in unserer Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, riesig ist. Er ist wirklich unfassbar riesig und das kann man nicht sehen, wenn man Teil der besser gestellten Gesellschaft ist. Wenn es einem einfach materiell gut geht. Ne? Insbesondere in Krisenzeiten und Inflationen und so. Ich meine, hallo, das ist doch offensichtlich. Ich sehe vor allem heulende Journalisten und irgendwelche anderen Konsummilieus, die wirklich richtig angepisst sind, wenn die AfD wieder irgendwo mehr Prozente bekommt und ich denke, dass die dank der Polykrise jetzt auch einfach wieder am Gewinnen ist. Sie war ja kurz mal am absteigenden Ast, aber ja, dank der Polykrise geht es jetzt wieder voran. Spätestens die Inflation hat es wieder gezeigt. Ja, und wir haben ja hier irgendwie linke Parteien angeblich in der Regierung und so, aber was soll man machen? Die werden ja maximal sabotiert von dieser Volksfleck-Partei, die sich FDP schimpft. Das ist ja einfach nur herrlich. Das funktioniert alles nicht, aber egal. Parlamentarische Demokratie, wie gesagt, ist eigentlich nur eine Geschichte, ist so eine Art Theaterstück. Zumindest das, was ich sozusagen daraus mitnehme. Und ich habe es ja mit Patrick Breitenbach auch schon angesprochen. Ich finde, die große Tragödie in diesem Kontext, den ich jetzt aufgemacht habe, dass man irgendwie besondere Worte verwendet, besonders politisch ist, das ist, das schreckt die Leute ab. Da kann man Leute nicht mit abholen, außer die Leute, die sowieso schon Teil dieser Ingroup sind. Ich denke, das trifft auch auf alle YouTuber und Medienschaffenden zu, die vielleicht so Sachen machen wie ich oder noch andere Sachen. Die meisten von denen holen die Arbeiterklasse ja gar nicht ab. Und ich meine, ja, auf mich trifft das 100% auch zu. Ich verwende ständig Begriffe wie Linearkombination und Orthogonalität und so. Das ist halt ein Ding. Ich würde mich sozusagen damit rausreden, dass ich ja gar keine Zeit habe, mich hinzusetzen und eine Strategie zu überlegen, wie ich meine Zielgruppe, die ich eigentlich vielleicht im Hinterkopf habe, jetzt zum Beispiel die Arbeiterklasse, wie ich die korrekt anspreche. Ich setze mich einfach noch hin und quatsche, wenn ich Zeit habe, weil ich ja auch noch einen Job habe und so. Aber es gibt ja Leute, die das aktiv als Beruf machen. Und es gibt auch Journalisten und so. Und das machen die nicht. Was ich bei Patrick dann so formuliert habe, ist, was man nicht beobachten kann, ist, dass es keinen intellektuellen Trickle-Down-Effekt gibt. Was meine ich damit? Naja, Patrick oder ich jetzt zum Beispiel, offensichtlich ist meine Zielgruppe, sind Leute, denen es auch eher schon eher gut geht oder die die Kapazitäten überhaben, mit solchen Worten überhaupt zu jonglieren, wie ich das tue. Und natürlich gibt es sozusagen eine Schnittstelle von Leuten, die armutsbetroffen sind und trotzdem irgendwie checken, was ich rede. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und was man dann aber nicht beobachten kann, ist, dass sozusagen ein Trickle-Down stattfindet in dem Sinne, dass ich jetzt zum Beispiel Leute inspiriere in einem ausreichenden Maß, die wiederum die Erkenntnisse, die ich ihnen gebe, die sie verstehen können, wiederum weiter versprachlicht so umformulieren können, dass sie ihren Peers diese Erkenntnisse überreichen können. weil das halt wirklich verschachtelte Erkenntnis, modulare Blöcke sind, wo man quasi mehrere Stunden Powerpoint-Präsentation dafür braucht, um das mal darzustellen, wie jetzt das eigentlich mal ist hier mit dem Anarchismus oder so. Wobei ich ja mir schon Mühe gebe und einzelne kleine Videos und Gedankenblöcke schon da habe. Und also ich meine, ich will nicht sagen, dass man das nicht beobachten kann. Ich denke nur, der Effekt, den linke YouTuber und linke Medienschaffende haben, der ist einfach zu klein. Und offensichtlich ist das zu klein, denn wir können beobachten, dass die AfD gewinnt. Und ich habe ja in meinem ursprünglichen Video von wegen schon mal formuliert, dass ich denke, dass der Faschismus erstmal alternativlos ist. Wir werden da rein konvergieren. Nun, das zeigt sich jetzt. Der Boy hat halt prophetische Fähigkeiten und die kommen halt mal wieder raus. Übrigens, eine andere prophetische Fähigkeit ist ja, ich habe ja in meinem Video über Emergenz schon davon geredet, dass wir ein global organisiertes Gaslighting haben. Zum Beispiel von den Wirtschaftswissenschaften. Und interessanterweise benutzen so Stefan Schulz und Patrick Beitenbach die ganze Zeit dieses Wort Gaslighting für das, was wir beobachten können. Das heißt, der Boy hat schon wieder prophetische Fähigkeiten gehabt. Weil definitiv habe ich das als erstes formuliert. Bapp, 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 bapp. Penisvergleich und so. Ihr wisst Bescheid. Aber ja. Ich hatte übrigens auch noch so eine andere Beobachtung im Zuge dieser Überlegung. Ich glaube, da ging das eigentlich erst gewurzelt vor ein paar. Wann war das? Nein, ach so, bei einem Maifeuer. Ich war bei einem Maifeuer in so einem Caf. Und da war halt super Gemeinschaft. Also alle Leute aus dem Caf sind da hin auf das Maifeuer. Und ich kannte da niemanden. Ich war da sozusagen mit einer Freundin. Mit meiner Freundin war ich da. Und da war es so, ich habe dann so beobachtet, okay, hier sind überhaupt keine Migranten. Weil es tatsächlich trotzdem so war, obwohl es da in dem Ort sicherlich Migranten gibt, die können sich diesen Scheiß nicht leisten. Da gab es einen Bockwurststand, da gab es einen Bierstand und so. Das kostet ja alles Geld. Wenn man arbeitsbetroffen ist, ist man nicht Teil dieser Kultur. Das heißt, am Ende war es wieder eine rein weiße deutsche Mehrheitsgesellschaften-Sache, die da das Maifeuer macht. Und das ist wieder ein Punkt, wo man sieht, okay, hier findet Kultur statt und sie grenzt Leute aus, weil sie arm sind. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Diese Kommerzialisierung von wegen, ich muss hier einen teuren Bierstand haben und ich muss hier teure Grillwürstchen haben, das müsste nicht sein. Sie kommt erst dadurch zustande, dass wir, und das geht jetzt zurück auf den Anfang dieses Videos, dass wir verkopft diese einfachen Probleme schon lösen, indem wir dann am Ende verkopfte Lösungen haben, wie wir müssen dafür jemanden anstellen, der sich dahin stellt und den bezahlen wir dafür. Und deswegen kostet dann der Bier aus Schank auch Geld. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man könnte auch Oma Erna und die ganzen anderen Omis alle holen und sagen, macht mal hier mal Kuchen, macht mal Kuchen-Bazar, das kostet jeden irgendwie einen Euro und dann ist er dabei. Dann gibt es hier jemanden, der kümmert sich um Kaffee, dann gibt es hier den Hausmeister, der hat hinten die zwei Grills stehen von der Schule, die juckt der da hoch mit seinem Auto, dann wechseln wir uns ab hinter dem Grill, dann gibt es da irgendwie Grillwürstchen. So eine Organisation sehe ich an der Uni zum Beispiel noch. Wenn Fakultätsratssitzungen sind oder danach die Feiern sind oder so, da ist das noch genauso. Da machen das Studenten oder Leute, die im Fachschaftsrat sind und da geht das einfach so. Da wechselt man sich ab, jeder ist mal eine halbe Stunde dran. Das ist easy peasy. Bier wird auf Kommission gekauft, der Rest wird zurückgegeben, dann kostet ein Bier halt einen Euro, scheißegal. Easy. So was kann man machen und so was sehe ich zum Beispiel bei der FAU, so was sehe ich zum Beispiel bei kirchlichen Veranstaltungen, die so lokal wie möglich sind. Das gibt es da. Das ist die Form von Kultur, die ich mir eigentlich wünschen würde. Und die findet aber nicht statt in dem Moment, wo wir verkopft anfangen. Und das war sozusagen der Gedankengang, den ich jetzt hier skizziert habe, woraus ich am Ende geschlussfolgert habe. Politik ist eigentlich eine Illusion beziehungsweise daraus emergiert etwas, was rein politisch ist. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung, wie was ich immer sage mit dem Internetaktivismus. Diese Politik, die daraus emergiert, das Wort politisch, was ich jetzt hier sozusagen verwende, das zielt oft nur noch auf Sachen in der eigenen Bubble ab. Und das ist so wie Internetaktivismus. Ich habe hier ein Problem im Internet, das emergiert aus sozialem Twitter-Schwachsinn, der hat nichts mit der echten Welt zu tun und dann braucht es richtig viele Horden von Menschen, die Aufmerksamkeit da drin verschwenden, im Internet irgendwas zu klären, was überhaupt nichts macht in der echten Welt. Und ein Jahr später verfallen alle in Ohnmacht, weil sie festgestellt haben, die Welt ist wieder ein Stückchen schlechter geworden und sie haben nichts geklärt. Und ich habe dieses Öffentlichkeitsding, also zum Beispiel mit dem Maifeuer, habe ich jetzt auch noch mal ganz neu beim Pull Force noch mal beobachtet. Weil auch da ist es natürlich so, Festivals sind ein übelst teures Ding. Da werden alle einfach ausgeschlossen, die arm sind. Insbesondere alle Migranten, ist doch klar. Und ich habe das in meinem Video zu Integration ja schon mal gesagt, Kultur bedeutet bei uns immer Konsum. und daher finde ich, ist es ein klassistischer Filter. Alles, was bei uns Kultur heißt, fast alles ist so. Und da, wo wir Armutsbetroffenheit haben, da haben wir halt auch einfach den größten Abstand zu dem, was ich jetzt mit Politik bezeichnet habe. Das ist einfach so. Und oh Wunder, oh Wunder, Ostdeutschland ist nach wie vor riesig mit Armut betroffen. Das ist also kein Ding, dass da auch besonders die AfD reinkickt, weil die halt einfach nicht politisch ist. Das ist ihr Vorteil. Die AfD ist nicht politisch. Das ist der Grund, warum sie gewinnt. Ganz einfach. Und ich habe zum Thema Ost-West ja schon ein Video gemacht, wo ich sozusagen so ein bisschen auf meine Perspektive darauf eingehe, wie das für mich aussieht. Und ich habe ja auch zum Video, zum sogenannten Rechtsruck, schon ein Video gemacht. Das ist auch noch aktuell. Damals ging es irgendwie um Niedersachsen, weil in Niedersachsen die AfD halt auch irgendwie in den Umfragen auf einmal gewonnen hat. Und jetzt hier Sonneberg, alle pissen sich ein und vor Angst und so. Oder auch jetzt Sachsen-Anhalt habe ich gesehen. Ähnliches Ding. Und ja, dazu habe ich schon Videos gemacht. Der Boy hat prophetische Fähigkeiten auf jeden Fall, gar kein Ding. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wenn euch das interessiert, meine Beobachtung im Full Force, da habe ich ja auch noch das Projekt gehabt, dass ich meiner Freundin zuliebe kein Bier getrunken habe. Und daraus sind interessante Sachen und Beobachtungen auch entstanden, wie das ist, so ein Festival ohne Alkohol zu machen. Und ich kann schon mal spoilern, das war super. Es hat gar kein Problem gegeben oder so. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Entzugserscheinungen habe, wenn ich kein Alkohol trinke. Egal. Das ist jetzt erstmal das Video hier. Nochmal zur Erinnerung. Soziales, Wirtschaft und Politik. Diese Dreifaltigkeit. Ich halte die für eine Illusion. Ich glaube, Politik zum Selbstzweck ist ein Verwaltungsartefakt und daher ist es eine Illusion. Man muss versuchen immer, wenn man irgendwas macht, auch wenn man irgendwas politisches macht, es zu versuchen, direkt wieder auf Wirtschaft oder Soziales oder beides runterzubrechen und da zu bleiben in diesen beiden Stationen. Sobald man das nicht mehr macht, verliert man die Bodenhaftung. Und ich denke, das ist das, was wir beobachten können mit dem Journalismus, der an unsere Politik gekoppelt ist. Das ist kein Wunder, die bedingen sich sozusagen gegenseitig, diese beiden. Und deswegen können wir diesen Abstand und auch diesen inhärenten Klassismus in unserer Gesellschaft beobachten über die letzten Jahrzehnte. Hat sich das einfach entwickelt. So, soviel von mir. Das war jetzt eine ganze Menge Geschwurbel, aber ihr wisst ja, wie es ist. Reingauen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die Reihenfolge, in denen ich die Videos hier hochlade.